Hallo bei Gizmodo, hier ist der Christian und ich habe hier die Neo X8H Plus neben mir stehen. Dabei handelt es sich um eine TV-Box, die ihr per HDMI an den Fernseher anschließen könnt, um ihm zu einem Smart-TV mit Android als Betriebssystem umzufunktionieren. Wir haben die TV-Box jetzt einige Tage getestet und wollen im folgenden Video mit euch die Features und die Ausstattung des Gerätes einfach mal genau anschauen. Zum Design gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Mit den abgerundeten Ecken hier erinnert mich die quadratische Box ein bisschen an Apple TV. Insgesamt misst sie hier 12,5 x 12,5 cm und das Gehäuse ist aus Kunststoff, macht aber für mich auf jeden Fall einen hochwertigen Eindruck und an der Verarbeitung gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Als nächstes wollen wir uns mal die Anschlüsse von der MINIX Android TV Box anschauen. Und zwar wird die, wie eigentlich alle Android TV Boxen, via HDMI an den Fernseher angeschlossen. und wir haben jetzt hier noch einen optischen Ausgang für die Stereoanlage. Daneben haben wir einen USB-Port, einen USB 2.0-Port. Hier haben wir einen USB-OTG-Anschluss. Genau. Dann haben wir hier einen Ethernet-Port und hier den 5-Volt-Eingang für das Netzteil. Auf der anderen Seite haben wir hier einen Micro-USB-OTG-Anschluss und einen Speicherkartenslot für SD-Karten. Wir haben nochmal einen USB-Port und eine Buchse für das Mikrofon, für einen Kopfhörer und hier haben wir dann den Power-Schalter. Hier auf der trüberen Seite haben wir noch einen kleinen Anschluss, an dem man hier sozusagen eine WLAN-Antenne zum Verstärken des Signals dranschrauben kann. Die Minix TV Box wird standardmäßig mit dieser batteriebetriebenen Fernbedienung gesteuert. Der eFox Shop hat uns jetzt aber noch eine zweite Fernbedienung beigelegt und zwar handelt es sich dabei um die Gyromaus Neo M1. Der Vorteil daran ist einmal, dass sie per Akku angetrieben wird und direkt per Micro-USB-Kabel über die Box geladen werden kann. Und zum zweiten ist in die Fernbedienung ein Gyro-Sensor integriert, sodass ihr diese Fernbedienung auch als Air-Maus verwenden könnt. Das heißt, ihr drückt jetzt hier oben einmal auf den Knopf und dann habt ihr hier einen Mauszeiger, den ihr per Bewegen des Arms steuern könnt. Das geht auf jeden Fall deutlich bequemer, als wenn ihr jetzt hier alle Felder mit dem Tasten durchspringen müsst. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist, dass der Mauszeiger häufig hängen bleibt oder falsch kalibriert ist und man ihn immer wieder hier beim Drücken aktivieren muss. Außerdem finde ich, ist die Air-Maus-Bedienung beim Schreiben und beim Scrollen nicht ganz optimal. Für Spiele könnt ihr wie auf dem Tablet ein Gamepad nutzen, das auch bei vielen Titeln wirklich notwendig ist. Mit der Air-Maus lassen sich zwar einige Spiele bedienen, aber nicht alle. Zum Beispiel der Trigger ließ sich mit der Air-Maus nicht spielen. Leider sind auch nicht alle Games zu einem Gamepad kompatibel. Zum Beispiel Temple Run geht weder mit Air-Maus noch mit diesem Gamepad hier. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ihr einige Spiele nicht ohne weiteres hier auf dem TV zocken könnt. Eine Alternative zur Bedienung der Android-TV-Box mit der Air-Maus ist das Smartphone. Und zwar gibt es da eine App von Minix, die jetzt zwar hier mit der Neo 8X bei uns nicht funktioniert hat, aber alternativ könnt ihr einfach die Google Remote App verwenden und dann könnt ihr die Android-TV-Box auch mit dem Smartphone steuern. Auf dem Minix Neo 8X Plus kommt mit Android 4.4.2 KitKat ein relativ aktuelles Betriebssystem zum Einsatz. Das ist bei vielen günstigeren Android-Boxen anders. Da läuft häufig noch das schon etwas in die Tage kommende Jelly Bean. Der Hersteller hat jetzt hier eine eigene Oberfläche, einen Launcher installiert, der, wie ihr sehen könnt, größere Symbole hat, was sich zur Bedienung, auch wenn man ein bisschen weiter entfernt sitzt, durchaus praktisch findet. Zudem gibt es hier schon ein paar Ordner, in die ihr eure Apps einsortieren könnt. Des Weiteren haben wir hier noch einige für den Fernseher spezifische Einstellungen, mit denen ihr das Bild an euren Monitor anpassen könnt. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel das Bild größer und kleiner machen. Das hat auch bei einem 4 zu 3 und 16 zu 9 Format optimal funktioniert, aber wie ihr hier schon sehen könnt, das ist ein 21 zu 9 Monitor. Hier bleibt rechts und links ein Rand. An Software hat Minix ebenfalls schon einige Programme vorinstalliert. Zum Beispiel haben wir einmal hier den XBMC und einen 4K Movie Player, mit dem ihr UHD-Inhalte mit 3840 x 2160 Pixel beispielsweise von einer Festplatte oder einem USB-Stick abspielen könnt. An Videokodex sind unter anderem MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 und H.265 sowie VC1 unterstützt. Damit lassen sich also die meisten MP4s, Avis, MKVs oder WMVs, auch FLVs ohne Probleme abspielen. Wenn ihr auf Daten aus eurem Netzwerk zugreifen wollt, dann hat Minix hier diese Media Center App vorinstalliert. Damit habt ihr Zugriff auf eure DLNA-Server und könnt auch hier das Ganze zu einem DLNA-Media-Renderer machen. Außerdem, wenn ihr ein iOS-Gerät oder ein Mac besitzt, dann könnt ihr auch via Airplay Musik oder Filme auf die Android-TV-Box streamen. Des Weiteren gibt es hier noch eine Miracast-Anwendung, mit dem ihr den Screen eures Handys auf die Android-TV-Box übertragen könnt. Wie schon erwähnt, zum Streamen vom Film lassen sich natürlich hier auch an die Android-TV-Box ein USB-Stick oder eine externe Festplatte anschließen. Was ich auch noch praktisch finde, ist, dass man hier über die Einstellungen auch gleich System-Updates über das Internet beziehen kann. Das ist bei einigen günstigeren Android-TV-Boxen ebenfalls nicht der Fall. Zu guter Letzt kommen wir noch zur Performance der Neo 8X-H+. Ich schalte die jetzt einfach mal währenddessen ein und erzähle schon mal ein bisschen was über die Hardware. Angetrieben wird die Android-TV-Box von einer ARM-Logic Cortex-A9R4-CPU mit 2 GHz. Da handelt es sich um das Modell S812H und die Grafik übernimmt eine 8-Kern-Mali-450-GPU. An RAM haben wir 2 GB und der interne Speicher ist insgesamt 16 GB groß für eure Daten. Bleiben dann insgesamt rund 12,5 GB übrig. Das heißt, ihr habt auch Platz für größere Spiele wie Asphalt 8. Wenn ihr aber einen ganzen 4K-Film auf die Box kopieren wollt, dann reicht die Kapazität nicht aus. Dafür könnt ihr aber dann eben externe Medien anschließen. In der Praxis ist die Leistung auf jeden Fall ausreichend und das System läuft auch weitestgehend rund und vor allem auch stabil. Also wir haben das Ganze mal durch den AnTuTu Benchmark gejagt. Und haben im Schnitt einen Wert von 30.000 Punkten ermittelt, was für ein ARM-Logic-Gerät ein sehr guter Wert ist. Die absolut schnellste CPU ist die von ARM-Logic zwar nicht, der Nexus-Player ist beispielsweise noch etwas schneller, aber die Performance reicht auf jeden Fall aus, um auch grafisch aufwendige Spiele wie Riptide GP2 oder Dead Trigger zu zocken. Wie ihr sehen könnt, auch Apps öffnen sich hier in der Regel recht schnell. Der Browser ist sofort da. Oder wenn wir jetzt mal hier zurück wechseln wollen zum Desktop, dann geht es eigentlich relativ flott. Ein bisschen langsam ist der Aufbau zum Beispiel hier bei der YouTube-App. Und im Allgemeinen haben wir auch gemerkt, bei großen Spielen, wo man viele Daten nachladen muss, ist die Ladezeit auch immer etwas länger. Ihr habt es jetzt auch vorhin schon beim Booten gesehen. Der Startvorgang hat hier auch etwas lange gedauert. Also der Speicher scheint auf jeden Fall nicht der schnellste zu sein. Beim Abspielen von Videos muss ich sagen, ist die Leistung der Android TV-Box auch auf jeden Fall ausreichend. Wir können jetzt mal zum Test hier ein 4K-Video abspielen. Dazu gehen wir einfach hier auf unseren USB-Stick und starten mal den Trailer vom dritten Teil des Hobbits. Machen wir mal von Anfang an. Und wie ihr sehen könnt, läuft das Ganze auf jeden Fall flüssig. Insgesamt muss ich sagen, kann die Neo X8H Plus mit einer ordentlichen Hardware überzeugen. Wir haben sehr viele Anschlussmöglichkeiten. Minix liefert auch gleich alle benötigten Kabel mit. Dann haben wir 4K-Support für neuere Fernseher. Und wir haben schnelles und vor allem auch stabiles Betriebssystem, was bei vielen Android-TV-Boxen, die jetzt günstiger sind, zum Beispiel nicht der Fall ist. Es gibt aber auch einige Kritikpunkte. Und zwar war die WLAN-Verbindung bei uns etwas langsam. Und beim Laden von Daten war die Box auch ein bisschen langsam. Auch beim Booten hätte es noch ein bisschen schneller gehen können. Dann ein weiterer Punkt ist der Preis. Mit 115 Euro ist die Box auf jeden Fall eine der teureren Geräte am Markt. Aber ich würde sagen, die Investition lohnt sich dennoch. Und insgesamt kann man die Android-TV-Box von Minix bis auf die genannten Kritikpunkte auf jeden Fall empfehlen. So, das war es jetzt mit dem Test von der Neo X8H Plus von Minix. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen oder irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir versuchen, die schnellstmöglich zu beantworten. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das war Christian von Gizmodo. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.